Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott! Wer uns verfolgt, wird erschossen! Okay, geht klar, fahrt vorsichtig! Ich habe immer die Kameradschaft guter Freunde genossen, die bei Glücks- und Geschicklichkeitsspielen antreten. Sollen wir hinterhergehen? Scheint so. Ryan, geh du zuerst. Ich hab Angst. Hallo? Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! Von ihm geht's noch? Das ist kein Witz. Ihr seid wirklich in Gefahr. Ist diese Waffe echt? Oh nein, Annie! Nein, 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 nein! Blut! Ich hasse Spieleabende! Oh, jetzt nimmst du ein kleines Part. Oh, das ist ja noch schlimmer. Stopp! Warten Sie, ich hab Kinder zu Hause! Bei dem Arsch ganz sicher nicht. Oh, na ja. Danke sehr. Shit! Ja! Oh nein, er ist tot! Das sind Anweisungen, wie man eine Kugel entfernt. Die hatten keinen reinen Alkohol, aber diesen schönen Chardonnay. Sehr gut. Gut mitgedacht. Und ein Hundequietschen. Wegen der Schmerzen. Das brennt, ha? Ja. Das brennt, ha?